Liebe Tischlerfreunde, ich sage euch was, ich habe heute einen ganz tollen Tag hinter mich gebracht. Ich durfte nämlich heute live im Tonstudio sein und jetzt schaut es mal, wer hier neben mir ins Bild ganz lässig reinkommt. Fing, nickte und verschwand. Fluch. Helmfruch von Lüttichau. Und ich durfte den ganzen Tag hier mal im Tonstudio in München sein und ich sage euch, am 2. Mai, da geht es richtig ab. Nein, natürlich nicht. Sie hat doch damit angefangen. Fing drehte sich an der Tür nochmals um. Sind zwei Fleischpflanzern und ein Krautsalat für mich drin? Felix, für dich sogar noch ein Senf? Und rufe den Schollbittchen über Funk an und frage den auch. Nicht auszudenken, wenn wir den vergessen. Ich hole die Sachen dann beim Parker. Am 2. Mai, da geht es richtig ab. Da könnt ihr wieder nach Bonn-Gries fahren und am Helmfrid von Lüttichau lauschen, oder? Hat es dir gefallen heute? Ja, weil der Tischler war nämlich mit seinem Fang sehr zufrieden, der ihm, siehst du, an diesem Tag in seinem Netz gelandet war. Ja, ich kann sagen, natürlich, das ist nicht mehr so. Okay, also 2. Mai. Save the date. Ciao. 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 Vielen Dank.